Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein Junge im Rollstuhl ist ganz traurig, weil sein Papa mit seinem kleinen Bruder Fußball spielt. Der Junge im Rollstuhl sagt, Papa, ich will so gerne mitspielen. Sagt Papa, du weißt genau, dass das nicht geht. Daraufhin der Junge ganz laut, Mama, Mama, die lassen mich schon wieder nicht mit meiner Xbox spielen! Der Montagswitz